Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood, hier im wunderschönen Rom, wo wir rumstehen und die Leute wild mit ihren Pferden reiten. So, ich geh erstmal ein bisschen weg, hier ist es ziemlich laut. Ich mach einfach das Headset leiser, das ist vielleicht besser. So, erstmal trotzdem da hoch. Na los, geh schon hoch. Sehr schön. So, ich habe gerade gesehen, als ich gestartet habe, wenn wir aus dem Animus herausgehen, haben wir ein Ausrufezeichen. Ich möchte gerne rausfinden, was das ist, deswegen erstmal nach draußen. Vielleicht haben wir wieder ein paar E-Mails, das kann natürlich sein. Wir werden es gleich erfahren, oder vielleicht gibt es irgendwelche neuen Dialoge, ich weiß es nicht. Und dann draußen, außerhalb vom Versteck, da konnten wir noch diese Artefakte suchen, das machen wir jetzt aber nicht. Nein. Das machen wir mal irgendwann anders, wenn... Boah, weiß ich nicht, wenn... Wenn halt der Zeitpunkt dafür ist. So, wieder raus aus dem Animus. Ich stehe langsam auf. Ja, mach ich, danke schön. So, erstmal gucken, gibt es denn einen neuen Dialog mit euch? Wir reden später. Nein. Vielleicht mit dir, Lucy, Liebling? Nein, auch nicht. Und mit dir, Sean? Natürlich nicht. Okay, aber ich habe gesehen, der Monitor blinkt, also haben wir wieder E-Mails. Können wir hier rein? Möchtest du mal austesten? Natürlich nicht. Schade. So, Passwort eingeben. Ab für Salat. So, wir haben zwei neue. Gesendet am 21. und am 22. Wir fangen nach der Reihe an. Von Rebecca Crane. An uns. MP3-Player. Hi Leute, ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen, schwarzen. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. Rebecca. Okay, wir sagen Bescheid. Und wer ist das? Erodito? Zugang. Achte darauf, im Verteiler zu bleiben. Gai Faust 32, Snowmass 84 und Juno 57. Zugang. Sind das eventuell die Passwörter von den anderen? Tatsächlich, von mir haben wir die bekommen. Oh, die schickt aber viel. Okay, wie lesen wir die am besten? Eingang, Ausgang. Antwort, Joghurt, MP3-Player. Okay, den einen haben wir schon gelesen. Den MP3-Player, der war ja an uns. Dann lesen wir von der Antwort zum Joghurt. Lesen wir erstmal den. Der scheint um uns zu gehen. Von Rebecca Crane zu Lucy Stillman. Betrefft Desmond. Hey Lucy, Desmond hat gestern im Schlaf ziemlich laut gepullt. Es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, aber ich dachte, ich sag dir mal Bescheid. Rebecca. Gesendet um 4.45 Uhr, also mitten in der Nacht. Die machen sich also anscheinend Sorgen um Desmond, weil er anscheinend nicht mehr gut schläft. Was ich durchaus verstehen kann bei allem, was er erlebt. So, und jetzt Rebecca Crane an Sean. Die Antwort zum Joghurt. Sean hat beide gegessen. Ich weiß es, weil er mich gefragt hat, ob ich einen haben will. Rebecca. Okay, irgendwer hat anscheinend einfach Joghurt... Joghurt? Joghurt? Joghurten? Keine Ahnung. Gegessen. Und ja, wir fangen wieder oben an. Die Antwort von Lucy zum Thema... Wir, also Desmond. Ich hab's gehört, aber wir können nicht viel tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß, es ist schrecklich und ich hasse es, aber es muss sein. Trotzdem danke, Lucy. Na gut, dann leiden wir halt weiter in der Nacht. So, vom 19.02. von Lucy, da geht's um den Joghurt. Ich habe heute Morgen noch zwei Joghurts im Mini-Kühlschrank und jetzt sind sie weg. Ich habe Hunger und bin genervt. Also, wer hat sie genommen? Lucy. Sean hat dann an Rebecca geantwortet. Ach nein, ich glaube, das waren dann an alle. Das wird's sein. Deswegen bekommen wir die Nachrichten auch immer. Das ist so ein gemeinsamer Verteiler. Lucy, ich bin ziemlich enttäuscht, dass du solche Anschuldigungen gegen ein Team äußerst. Der Vorwurf ist unfair. Aus der Luft gegriffen und ehrlich gesagt eine Beleidigung. Es. Ach, ich mag Sean. Und wir wissen ja, er hat sie gegessen. Danke, Rebecca. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Lucy. Rebecca ist ein Templer. Aha. Weil sie Sean verpfiffen hat. Okay, ich verstehe schon. Schön, was mich so erfährt nebenbei. Sean hat den MP3-Player von Rebecca gefunden. Sehr schön. Müssen wir uns also nicht mehr umschauen. Und das war's. Okay. Mal sehen, was Sean so schreibt. Da finden wir jetzt natürlich wieder doppelt in Nachrichten. So, gesendet. Joghurt, Joghurt, Joghurt und MP3-Player. Ich glaube, die haben jetzt alle schon gelesen. Ich hatte heute Morgen noch zwei. Sean hat beide gegessen. Danke, Rebecca. Sean, ja, das haben wir auch schon gelesen und das auch. Mal sehen, was er noch so geschickt hat. Okay, die haben wir auch schon alle gelesen. Wird bei ihr wahrscheinlich auch nichts mehr Neues geben. Sonst hätten wir das dann schon bei irgendjemand anderen gesehen. Ausgang. Sie hat die Wochenpläne geschickt. Das war über uns. Das war über den Joghurt. Nochmal über den Joghurt. Und hier. Desmond, Joghurt, Joghurt, Joghurt. MP3-Player. Das war's. Okay. Interessant. Jetzt können wir also auch sehen, was die so heimlich über uns schreiben. Oh. Nein. Weg. Wollte ich nicht. So, sonst wollte niemand mehr mit uns reden. Dann gehen wir direkt wieder rein. Ezio wartet. Was? Achso, Ezio wartet auf uns. Natürlich. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, dann stürzen wir uns mal wieder in das mittelalterliche Abenteuer. Wobei, ist das eigentlich Mittelalter? Eigentlich nicht, oder? Wir sind ja, glaube ich, 1700 Schlag mich tot. Müsste zu der Zeit nicht irgendwie, weiß nicht, Renaissance oder so gewesen sein. Ich bin wirklich nicht geschichtlich sehr bewandert. Aber das müsste doch bestimmt die Renaissance gewesen sein. Blütezeit der Antike, alles blüht wieder auf, können doch hinkommen, oder? Ich weiß es echt nicht. Also, hier haben wir jetzt das Templer, äh, nicht Templer, wie komm ich ab? Templer. Das Assin-Hauptquartier. Und wir haben jetzt drei potenzielle Aufgaben. Einmal da, einmal da oben und einmal in der Richtung. Also, ich weiß nicht genau. Ich glaube, es führt uns zu dem da hinten hin. Zu dem wollte ich auch zuerst mal gehen. Ich habe keine Ahnung mehr, ob uns irgendwann mal gesagt wurde, für was die gut sind. Aber wir nehmen einfach mal irgendeine Aufgabe. So, hier haben wir wieder Gondeln. Die Gondeln kennen wir ja schon. Ich glaube, die Gondeln waren auch sogar schon im ersten Teil dabei, oder? Wir gehen mal nicht durchs Sperrgebiet. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Ja, ja, Sperrgebiet, ich weiß schon. Ich kann ja mal reingucken. Vielleicht. Oh, da oben ist eine Flagge. Ich hole die mal schnell. Hallo, Fleckchen. Wow, die sechste von 101. Oh. Ähm, Moment, wie kam ich aufs... Ah, so kam ich hier her. Wir haben ja Wurfmessers. Oh, hat schon gereicht. Wir können sie ja mal versuchen. Jetzt bin ich schon mal hier und hab den angefangen zu töten. Kann ich auch die anderen gleich mitmachen. Ich muss nur zuerst... Moment. Zuerst die Wachen hier oben auf den Dächern kaputt machen. Weil die sind am gefährlichsten. Also mit am gefährlichsten. Und ciao. So. Und einen gibt's noch irgendwo. Da drüben irgendwie. Sie ist auf der Karte. Ah. Da. Hey, du da. Entschuldigung. Piu. Oh. Nochmal. Nein. Mist, jetzt sind die... Äh. Scheiße. Und... Piu. Interessiert die Leute ja nicht. Oder? Merken die das? Die Zivilisten rennen schreiend weg, aber der Typ da unten nicht. Okay. Das ist erstmal ganz gut, würde ich sagen. Den können wir mal ausplündern. Vielleicht bekommen wir wieder ein paar Raufmesser dazu. So, wie läuft der denn? Können wir den irgendwie heimlich abschießen? Wir können hier reinspringen. Nein. Nein, was machst du denn? Ich wollte, dass du in den Haufen springst. Machen wir es halt so. Ah, gut. So, da läuft der. Können wir den eigentlich anlocken? Komm her. Oder läuft der direkt hierher? Nee. Okay, wir müssen das gewitzt machen. Wir müssen ihn irgendwie... ...heimlich und schnell... Hm. Haben wir Rauchbomben? Nee, gell? Natürlich nicht. Wir könnten erstmal ein paar vergiften. Das wird aber auch nicht ganz so einfach. Da drüben vielleicht einen. Aber es sind ja keine Giftgeschosse. Okay, nein. Das wird nicht so einfach. Ich könnte auch einfach rauskommen und rausspringen. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Geh wieder rein. Bevor dich jemand sieht. Huhu. Glück gehabt. So, jetzt infizieren wir den und dann rennen wir... Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Wenn da durchkommt, das wüsste ich gar nicht. Ach, scheiße. Jetzt war keine Guti, die hierher zu kommen. Geh wieder ein hübsches Simmchen für sein. Da, ich hab ihn. Ach, so ein fetter Typ, scheiß. Ich hasse die fetten Typen. Jetzt bricht Panik aus. Ich hoffe, der Typ rennt nicht weg. Wenn wir es schon mal hier sind, dann möchte ich es auch gern zu Ende bringen. Geh wieder ein hübsches Simmchen für sein, komm. Ja, ich bin da. Den Feinden der Borgia blüht. Ähm. Kommt schon, Männer. Wir sind Borgia. Unbezwingbar. Ich glaube, wir sollten... Versuch, ihn abzufangen. Huch. Nein. Hilfe. Wo gibt's... Oh, das sind ein paar viele Menschen. Darf ich mal? Entschuldigung. 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 Und macht's gut. Man sieht sich irgendwann. Vielleicht. Mal wieder. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon, weil irgendwann nehmen wir den Turm hier ein. Nein. Idiot. Lauf. Das ist ja ein guter Auftakt für die Folge. Das ist ja perfekt. Kommt er da hoch? Ja, gut. Er sieht uns... Er sieht uns nicht mehr. Ich hab's noch gehört. Und der andere Typ rennt uns noch hinterher. Tatsächlich. Hat es erst gezählt? Auch wenn wir nicht mehr im Gebiet waren. Ich muss schnell gucken gehen. Ich hätte den gleicher schießen sollen. Ja, das hat noch gezählt. Sehr gut. Da haben wir gleich mal zu Beginn einen Bordjart-Turm getötet. Nicht getötet. Eingenommen. Ja, eingenommen. Wir haben ihn eingenommen. So, da kommen wir... Nicht hoch. Nein. Hier vielleicht. Das sieht auch sehr nach oben gehig aus. Ja, das passt. Sehr schön. So. Dann. Bitte. Ah, jetzt. Manchmal will der einfach nicht hochgehen. Und jetzt zum Beispiel. Hm. Ja. Was? Da ist auch ein Fenster. Warum kannst du dich nicht an diesem Fenster festhalten? Ähm. Ja. Nein. Scheiße. Huch. Ah, da haben wir die Gesundheit. Die habe ich zum Glück schon ausgerüstet. Okay, so geht es nicht. Kommen wir vielleicht... Hier. Habe ich gesehen. Kommt man nämlich auch hoch. Das ist doof. Wenn du da an der falschen Stelle anfängst, hochzukrabbeln, kannst du den ganzen Weg wieder runter, weil es dir überhaupt nichts bringt. Das hätte man schon etwas geschickter machen können, möchte ich mal behaupten. So, hier gibt es auch gleichzeitig noch einen Aussichtspunkt. Den möchte ich bitte haben, bevor ich den Turm anzünde. Hier. Sonst muss ich den Turm nochmal nach oben. So, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Türme wir schon angeschaut haben. Also, synchronisiert haben. Ich glaube, es ist erst der zweite, dritte. Okay, vielleicht auch der sechste. Ich weiß es nicht genau. Anzünden. Sehr schön. Seht das Zeichen der Freiheit. Schaut es euch allen hier einfachen Bürger. Die Borges haben keine Macht über uns. So, eliminiert. Eliminiert. Worum mussten wir jetzt hin? Bin ich zu diesem Punkt gelaufen? Ich glaube, ja. Entschuldigung. Ach, weiß nicht. Ich möchte nur langlaufen. Nein, ich bin eigentlich nicht zu diesem Punkt gelaufen. Aber ich weiß auch nicht, zu welchem sonst. Also egal. Zu dem da? Nein, zu dem da. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich unbedingt zu diesem Punkt möchte. Aber ich gehe da jetzt hin. Wenn ich mich recht entsinne, ich überlege gerade, welche Aufgaben wir machen müssten, dann ist das, glaube ich, um verbündet in der Stadt zu bekommen, oder? Die Kurotisanen, die Giebe und die Söldner, oder so. Ich glaube, das war's. Die Frage ist nur, zu wem gehen wir jetzt gerade? Ich glaube, fast zu den Kurotisanen, oder? Kurotisanen? Entschuldigung, Entschuldigung. So, mal sehen, bei wem wir sind. Kennen wir das Gebäude nicht? Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve, wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto, aiuto! Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Haben die einfach... die Herren des Hauses geklaut. Wir dürfen nicht schwimmen für die 100%ige Synchronisation. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Und wir kennen diesen Ort noch nicht. Wir waren ja damals... Also ich habe das gerade damit verwechselt, als wir in... Wo muss ich überhaupt hin? Ach, wir müssen erst mal Geld beschaffen. Als wir damals noch in... Firenze waren. Da gab es ja auch ein... ein Freudenhaus, glaube ich. Ne? Und das sah so ähnlich aus gerade. Aber es war es nicht. So, von den Wachen... Da glaube ich mal lieber nichts. Dame im Fischkleid. Vielen Dank. Ich glaube, von den armen Leuten... bekommen wir nicht ganz so viel. Doch. 16, 10, 16. Die sind gar nicht so arm. Die haben nur keine Lust, was ordentliches zu kaufen, glaube ich. Die Dame im Fischkleid. Hallo. Es ist schwer seit Babel starb. Die Verantwortung lässt sich... Und ciao. So, wir brauchen wir da. Wir brauchen ganz schön viel Geld. Hattet ihr heute Glück bei den Mauern? Ich hatte euch Glück bei den Mauern. Wer auch immer die sind. Dankeschön. War gar nicht auffällig, wenn ich einen Typ anrempelte und hast sein Geld weg. So, darf ich hier mal noch bitten. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wie einfach die Leute zu klauen sind, ist unglaublich. Ich würde auch gerne mal so durch die Stadt laufen. Der hat nur 7. Geiz halt. So, dann laufen wir noch mal hier so eine Schlaufe. Hallo, ich bin schon wieder. Oh, sollte hier weggehen. Bevor der mitbekommen ist, dass er beklaut wurde. Und so, dann gehen wir auch da hin. War ich bei euch schon? Ich glaube, bei euch war ich schon. Mehrere Male. Ihr habt trotzdem immer wieder Geld. Okay. Dankeschön. Die fängt gleich an hysterisch zu atmen, dabei hat sie noch gar nichts mitbekommen. Ach, wir haben schon genug Geld. Ich mach mal noch weiter. Man kann niemals genug Geld haben. Man muss nur wieder an Leute rankommen. Dankeschön. So, zu den Sklavenhändlern. Irgendwo in diese Richtung. не nur. wirgibt es oder das kommt. Wirgabod